hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play on the 2 der umsiebüste weiter heute darf ich euch schon der wunderschönen fahrt erlaubt abgeteilt begrüßen wir fahren die linie 838 ihre bahnhof niederbord nach portthausen mit einem schönen mann aus der lma in stadtbus familie fahrt geht auch gleich los ungefähr eine halbe stunde du musst jetzt erst noch den bus hier aufrufen 18 uhr ist abfahrt ja aber da war ich schon wollen wir mal das zeitvorstuhl 18 uhr wollen wir nämlich nicht hier stehen machen wir mal auf 18 uhr und sich das dürfen reichen 898 898 2 9 9 4000 11 11 8 9 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 10 9 11 10 11 12 11 12 11 12 13 14 15 14 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 Ach, ich sollte jetzt gleich noch die Aufwarten drehen, haltet mich in Ruhe. Ich weiß nicht, über welches Thema ich heute reden möchte. In der letzten Aufgabe, die ich leider in die tolle Kabine konnte, weil ich als Mikrofon auch nicht oben stehe, so dass ich dann alles dumm müde. Wann diese Punkte, die auch da kam, dann geht es auch nicht. Da habe ich über das Thema losgesucht. Ja, über das Thema losgesucht wird ja auch mit. Boah, das wäre gut. Hier, ja. Du wirst ja nicht, was da im April abgegauften ist. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Schlechteste Situation in den letzten Jahren, die ich kenne. Da habe ich mich halt da so in der Mitte aufgerascht. Ich hatte darüber aufgeregt, dass wir sich was selber lieber von der Janine kennen wollen können. Weil ich bin dann wirklich der Meinung von, ja, diese Janine ist keine Community. Das kann ich hier auch nicht sagen. Sie arbeiten eher gegen die Community. Zur Langenbrücke. Das ist mit der Community. Dass das so alles die letzte Zeit da gelaufen ist. Das kann man, sie kann man da wirklich nicht als Community bezeichnen. Und dann auch ihre Kumpanen da, die da, was die da so immer abgeliefert haben. Und da der Florian und der andere, wo ich irgendwie den Namen vergessen habe. Die müssen natürlich ihr schönes, so zu uns immer verteidigen. Aber ich weiß nicht, was wir haben. 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 Das ist für 40€. Nö, das ist total scheiße. Hattung. Und dann schwierigstens. Kann ich 20€ mehr. Dann hat das einfach nicht so richtig. Oh, ich sehe. Für einen Eternacht. Der Eurelix. Das ist für 30€. Das ist für einen Eternacht. Ja, das ist für einen Eternacht. Weil jetzt kein Eulixes 전미. Du kannst nicht richtig sitzen. Kein Eulinks ist als wenn wir das jetzt im Tor sind jetzt nochmal. Jetzt kommt mal der Hammer. Aber nee, es Nano 20 Minuten50 und Site ist der минут Elite oder mit den Teilverlinks hat? Oder? Das geht halt wirklich gar nicht. Die sind, nee, Die sind so ein total ungefährster Spiel. Was denn überhaupt nicht besser ist? Ja, schlechter. Meine Rante ist nicht für euch. Rutschrumpf. Rutschrumpf. Das ist wirklich so. Ernst. Das ist noch lieber Rutschrumpf. Quellenkopf. Das ist kein Ziel mehr. Ne, und was da so alles kommt, das ist noch gelaufen ist hier. Ja, ja. Da wäre wirklich ein Kreditbrot geschickt. Oder Dreckbälle. Das heißt, ich habe auch immer gesagt, die sich verdient ist keine Community. Was denn sollte sich heute machen? Das ist natürlich, dass du dann was mit der Community gehen und weiter raus. Das würde sich früher wieder zurückkommen. Und der würde sich dann auch schon besser auf die Community bringen. In der Locke. In der Locke. Ich habe nicht, dass er eng passen. Aber, jetzt geht's dann. Ach, jetzt geht's dann! Westende. Das ist kein Spiel, das ist nix, das ist einfach, das ist ein Bus, die wir veröffentlicht haben. Oh, ein Bus, nur ein Bus, 40 Euro. Ja, was soll es denn später geben? Was soll es denn später noch geben? Ich finde es, dass es hier in den Treten zu tragen wird. Ein Bus später wird ein paar Euro sein müssen. Tja, ich habe eine Wohnung zu zurück gehabt, aber ja. Ich glaube nicht, dass es so etwas ansteckendes wird. So, das ist ziemlich cool. Es ist ein Spiel, wenn man die Musik mit, seit anderthalb Jahren ist das Spiel halt. Ich weiß nicht, dass es hier links ist. Das ist die scheiße KI, das kommt, wie die jetzt nicht taucht. Der ist kaum gekommen, der ist wirklich raus. Weil, wie wenn ich los, dass ich mit der ruhigen Saison, ich glaube, das ist so ein Bies-Eichelchen. Das Wort löst sich neu. Wo ist die Schöpfung? Nein, Schöpfung. Das ist egal, was? Nein. Ja, das ist egal. Das ist egal, wenn ich ihn auf dem Schöpfung ein Stückchen Milcht trinken möchte. Das ist egal, ob ich ihn auf dem Schöpfung ein Stückchen trinken möchte. Ach ja, fand ich einer, wobei ich jemanden angenommen habe, den ich jetzt gerne mal bitte in den Kommentaren habe. Ich glaube, ich sehe hier einen. Ich wollte das Ding nicht, ich weiß nicht. Ich konnte es nicht benutzen, weil ich das nicht kontrollieren konnte. Es ist schon kontrolliert, aber ich sehe es nicht direkt. Ich gehe eigentlich nur so wie zu doll. Deswegen zahle ich hier immer noch den GAU. Es ist nur D. Das ist eine falsche Welt. Der GAU kann ich nicht mehr mit Höhlen rücken. Ich denke, es kommt zu spüren. Ja, aber... Ich bin alle bei drei. Deutsche, 20, in OMSI. Guten Tag. Scheiße, das ist gerne mal in den Kommentaren. Pfennig間. Pfennig kam. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay. Montreal Alley. Okay. 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 Das war spät. Was ist hier so ein Abflug? Was? Was ist hier? Guten Abend. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Eine Kohlstrecke, bitte. Dankeschön. Holländische Heide. Holländische Heide. Wurzeln Das war's. Ola! Santa BB Ola! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Darth WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR устройs Korthausen Lass uns einen Daumen an, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles gut und war gesund! Tschüss.